Die Helden haben gerade mit einigen Viehtrack gesprochen und die hatten gesagt, im Osten der 12. Stufe der Endlosenpfahle von Otnuwa gäbe es eine Treppe auf die 13. Stufe, wo die Helden etwas für die Viehtracks besorgen sollen. Mal schauen. Erstmal hier rein. Ach, eine Falle. Wie böse. Schaut euch das an. Bumm. Tot, 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 tot. Fast tot. Nur EDR hat es überlebt. Das war ein Todesring. Ja, rabbelt euch mal auf, ihr Helden. Ach, ich bin aber auch ein Held. Sonst laufe ich immer schleichenderweise mit Ari gelangen und jetzt nicht und schon. Bumm. Was habe ich denn hier? Hier habe ich einen Knochenhauf mit einmal Ta und Ratara und hier ein Versteck, das wie beim Drachenhort von Kyle, dem Stillen, nicht aufgedeckt wird. Warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Schade, schade, schade. So, dann. Geht mal da rein. Plötzlich spürst du in deinem Kopf einen scharfen Schmerz, auf den direkt eine Barsche und fremde Stimme folgt. Die Kreatur macht ein eigenartiges, klapperndes Geräusch, bevor es abermals in deinem Verstand zu dir spricht. Ich nenne es Eindringling. Mörder. Herumlungerer an hellen Orten. Wo geht es hin? Hahaha. Geh mir bloß aus dem Weg, sonst kannst du mich auch noch Spinnentreter nennen. Oder nette Spinne, schlau. Wahrnehmung und Entschlossenheit ist nicht genug. Schade. Hm. Tja. Arik sagt, nette Spinne. Es hat gute Augen. Die Kreatur sieht zu dem großen Elfenbeinbiest neben ihr hinüber und stößt einen kurzen scharfen Pfeifton aus. Sie mag Schmeicheleien. Süße Worte zum Würzen des Blutes. Ach, Kestorik. Ja, bist du bei Arik genau am richtigen angelangt. Alle greifen hier mal an. Ah, da sind noch ein paar mehr Viehtracks. Das ist ungünstig. Aber hoffentlich nicht unmöglich. Bitte hier einmal Flammenwand. Jetzt, nicht erst irgendwann. Segen. Segen. Äh. Segen. Segen hat einen größeren Kreis, das weiß ich. Sagani. Setze dein Mal auf Kestorik. Was war denn das? Itomag bewusstlos. Aloth wurde auch irgendwie... Oh, jetzt kommt die Übernahmewelle hier. Oh, 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 oh. Gar nicht gut. Was mache ich denn jetzt? Ah, die müssen weg. Schuss. Arik, wo bist du? Stehst da irgendwo. Attacke. Du ranz. Mach mal... Erstmal den hier. Oh. Kestorik ist besiegt. Führ es zu Ende. Wurm. Nee. Du wirst eingesperrt. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich nehme dich mit zurück nach Cat Noir. Was aber nicht heißt, dass der restliche Kampf schon gewonnen wäre. Alle konzentrieren sich immer auf einen Feedrack. Auf den da jetzt bitte. Arik, Attacke. Palygina, wir brauchen unbedingt mal Hand auflegen bei Arik. Und was macht Aloth eigentlich? Mach mal Stopp, Aloth. Arkana, Angriff. Und jetzt vielleicht eine Flammenwand. Irgendwie so. Durantz. Irgendwie Rüstung auf die Recken da vorne. Da musst du laufen. Durantz, geh mal weg da. So, da steht wenigstens mal eine Flammenwand. Der hat es umgehauen. Das ist auch selten. Durantz. Geh da weg. Jetzt hier schießen. Sagani ist nicht auf meiner Seite. Aloth ist gleich tot. Was ich aber nicht ändern kann. Im Moment. Arkana, Angriff. Arik. Treten. Paligina, du könntest versuchen, Aloth zu heilen, wenn das noch funktioniert. Aber ich habe da so meine Zweifel. Und Durantz, setz mal so ein paar Widerhaken. Auf den da zum Beispiel. Aloth ist übernommen. Klasse. Arik ist übernommen. Paligina ist die einzige, die noch irgendwie steht. Geh mal in den Nahkampf. Flammen der Hingabe. Und Attacke. Durantz, was kannst du denn machen? Mach mal eine Säule des Glaubens auf. Diesen Fiedrack-Sperr. Paligina, platt. Ah, die halten aber was aus. Menschenskinder. Dem Tode nahe. Heilung. Heilung. Jetzt. Ist irgendwer auf meiner Seite gerade? Nö. Eder ist platt. Itumak ist platt. Paligina ist platt. Arik ist noch ewig Kitenberg. Noch elf Sekunden. Aloth. Noch 21 Sekunden. Sagani ist... Keine Ahnung, wo ist eigentlich Sagani? Sagani? Ist eine gute Frage. Wo ist denn Sagani? Ach, die liegt da. Ach, weil die wieder im Nahkampf war. Ach, Mädel. Durantz, hol mal so ein paar Käfer her. Ja, zu spät. Der eigentlich tote Fiedrack hier, der macht noch einen Riesenschaden. Jetzt ist er tot. Und Sagani, wie lange liegst du eigentlich auf dem Arsch? Noch? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Bumm. Sagani weg. So, das war Arik. Hol mal ein bisschen Verstärkung. Und dann... Tja. Das bringt ja nichts, oder? Attacke. Ach, der ist jetzt weg. Arik nimmt erstmal einen Trank. So. Und dann hier treten. Gegen den, der in der Flammenwand steht. Ahloth macht vielleicht doch nochmal irgendwann wieder mit. Also alle, auch die Lindwürmer. Hier, Attacke. Und Attacke. Und Attacke. Ja, einer wäre weg. Ja, einer wäre weg. Arik, du nimmst den nächsten Trank. Und alle, auch Arloth ist wieder dabei. Ich gewinne den Kampf noch. Sah zwischenzeitlich nicht so aus, aber ich werde gewinnen. Hahaha. Und da ich sowieso gleich wieder rasten muss, kann Arloth auch die dicksten auspacken hier. Bumm. Tja, liebe Viehtraks. So nicht. Nicht mit meinen Helden. Ja, aber denen geht es jetzt schon wieder gar nicht mehr gut und ich habe gerade erst gerastet. Aber das war ein fieser Kampf. Dieser blöde oder diese blöde Kestorik nimmt einem aber auch wirklich alles übel. Mit der war nicht zu spaßen. Ich finde drei Viehtrak-Gehirne und sonst nichts. Schleich mal rum. Und hier habe ich dann die Treppe zur zwölften Stufe, nein, zur dreizehnten Stufe der endlosen Pfade von Ottenuwa. So, hier ist nichts mehr offenbar. Karte. Ja, liebe Helden, jetzt mal Kriegsrat halten. Also die Viehtraks aus dieser kleinen Viehtrak-Kolonie, die haben die Helden jetzt auf die dreizehnte Stufe geschickt, um dort was zu suchen. Normalerweise mache ich ja immer drei Stufen, die ich dann komplett säubere. Also es wäre die zehnte, elfte, zwölfte jetzt dran gewesen. Die zwölfte kann ich jetzt gerade nicht säubern. Also könnte ich zwar schon, aber dann kann ich diese Queste nicht erledigen. Und Arik möchte schon ganz gerne erst mal schauen, was die von ihm überhaupt haben wollen, die Viehtraks. Deswegen werden die Helden jetzt mal hochgelaufen, hier irgendwo über die Treppe und dann die Haupttreppe, werden neue Rastvorräte kaufen, werden sich erholen, gehen wieder runter, laufen dann hier an die Treppe. Dann geht es runter auf die dreizehnte Stufe, dann wird die dreizehnte Stufe aufgeräumt. Dann geht es wieder hoch auf die zwölfte Stufe, dann wird mit dem Viehtrak gesprochen und dann werden aller Voraussicht nach die restlichen Viehtraks hier weggeräumt. Und dann habe ich halt diesmal nicht drei Stufen in einem Rutsch gemacht, sondern vier. Ist halt so. Ja, und ich denke mal, den Weg nach oben rasten und Vorräte kaufen und den Rückweg, den muss ich nicht unbedingt im Video zeigen, das überspringe ich einfach mal. Da sind die Helden wieder frisch und munter ausgeruht mit zweimal Rastvorräten im Gepäck und es geht runter auf die dreizehnte Stufe der endlosen Pfade. Steige weiter auf die nächste Ebene der endlosen Pfade hinab, habe ich gemacht, durchsuche die Ruinen, die Werkzeuge des Meisters. Ja, das wird gemacht, Arik. Das übliche Vorgehen, du schleichst mal so ein bisschen durch die Gegend. Und ich kann schon einen Kean Gwyla jammern hören irgendwo, das ist nicht gut. Was habe ich hier? Einen großen Raum und niemand da. Was ist hier unten? Da sind Animaten. Okay, davon hatten die Vietrax ja berichtet, also. Arik, geh mal zurück. Alle Helden sammeln sich. Und dann geht Edea mal dahin. Palygina im Nahkampf dahin. Arik im Nahkampf in die Mitte. Ich glaube, die sehen die Helden dann schon. Ach ja. Aber in dem Moment, wo die Helden einen Gegner sehen, hören sie auch rauf zu laufen. Das ist auch doof. Aber das habe ich extra so eingestellt. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Oh, das sind ja viele. Was habe ich denn da? Ich habe Adra-Animaten und normale Animaten. Eigentlich nichts Neues für die Helden. Aber ich glaube, da muss Arloth mal die Heizung anwerfen. Attacke. Und Durantz. Erstmal eine Segnung. Auf alle. Und Zagani. Setz mal dein Mal auf den da. Rums. Arik hat Wunden. Die Animaten können auch blitzen. Das ist gefährlich. Attacke. Palygina hier zugreifen. Und Edea kümmert sich um den da. Arloth Schauernebel könnte nicht schaden. Eigentlich da hinten hin. Geht das? Versuch's mal. Zagani schießt. So. Arloth ist völlig verwirrt. Bekommt's nicht hinter einen Schauernebel zu setzen. Fängt stattdessen an, wild mit dem Zepter rum zu fuchteln. Dann setzt da einen Schauernebel hin. Und Durantz. Du verteilst mal ein paar Widerhaken. Und Arloth. Arcana Angriff. Und die nächsten Widerhaken bitte auf... Tja. Auf den da. Arik tritt bitte. Und noch mehr Widerhaken. Zum Beispiel auch auf... Tja. Auf wen? Auf den hier eigentlich. Da hat's gar nicht geklappt, wie's aussieht. Arik tritt weiter. Arloth. Arcana Angriff. Bumm. Einer ist weg. Durch Arloth. Okay. Wie immer Arloth das geschafft hat. Dann... brauche ich vermutlich hier mal so ein paar... Geschosse allmählich. Ja. Zagani schießt du immer noch auf den Dicken. Mach das mal. Durantz. Schießt mal mit. Arloth. Weiter die Geschosse rausholen. Der ist fast weg. Und er ist weg. Und jetzt auf... den da. Arik treten. Unbedingt. Und weiter treten. Und Arloth weiter feuern. Oh, Palygina läuft durch. Oh, Mann. Ist jetzt gerade einer weggegangen? Nee, aber der ist doch knapp davor. Da. Attacke. Und Arik treten. Unbedingt. Ich glaube, diese Atra-Animaten können sich auch irgendwie heilen. Aber es wird ihnen nicht helfen. Ja, die können sich heilen. Und zwar nichts. Gerade wenig. Und... Da sind noch zwei weitere. Ich habe noch vier Atra-Animaten. Oh. Okay, dann müssen sich alle mal auf einen konzentrieren. Bringt ja sonst nichts. Und feste drauf. Und immer weiter drauf. Bumm. Jetzt auf den nächsten. Der ist auch schon angezählt. Arik. Attacke. Und weg. Und jetzt auf die da hinten. Die sind leider noch völlig frisch. Arik treten. Eder. Schmeiß mal einen um, falls dir das gelingt. Palygina Hand auflegen bei dir selbst. Und ihr schießt natürlich genauso. Kommt, legt ihn um. Bumm. Und der letzte. Arik treten. Und treten. Ja, die haben schon was drauf. Oh, Geister. Ja, aber eins nach dem anderen. Erstmal plündern. Ich finde zwei engbitanische Dolche, zwei engbitanische Schilde, zweimal erweckten Atra und zweimal zerschmetterte Animat-Rüstung. Und hier oben. Ja, das gleiche in veränderter Anzahl nochmal und drei Kupferbindungen. So. Ein Geister. Da ist ein Geist. Mit dem kann gesprochen werden. Komm und hilf mir mit. Dieser Geist hält seine Hände direkt über der zerschmetterten Maschine, als sei er bereit, an einer unsichtbaren Komponente zu ziehen. Da anspannen, dann werden wir diese hier los sein. Jedes Wort scheint sich in dem Moment, in dem es gesprochen wird, in deinem Verstand zu klären. Du erinnerst dich an die engbitanische Sprache. Er wartet einen Moment, offenbar darauf, dass jemand seine Position einnimmt. Jetzt. Festziehen. Geschafft. Er singt zusammen und wischt sich seine Stirn ab. Oh, diese Maschinen. Wenn man sich vorstellt, wie viele Seelen von ihnen berührt wurden. Ich frage mich, bei wie vielen von ihnen das freiwillig geschah. Ich glaube nicht, dass der Geist in irgendeiner Weise bemerkt, dass Arik da ist, deswegen schweigen. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Wir haben den Tyrannen getötet, seine Leute in die Flucht geschlagen. Wir können dafür sorgen, dass sich dies hier niemals wiederholt. Komm, sie haben schon damit begonnen, die oberen Ebenen zu versiegeln. Bei dieser Geschwindigkeit werden wir die Letzten sein, die hier herauskommen. Deuros möchte denselben Zauber auf diese Tür anwenden. Er will Otnuwa's Diener gegen ihn selbst benutzen. Tür? An diesem Stein müssen hundert Seelen befestigt werden, zweifelsohne eine Bestrafung. Vielleicht wird es sie freuen, dass Otnuwa wehklagend ins Nachleben geht. Welche Art von Zauber? Er kann die Tür nicht ganz aufheben, aber er kann ihren Zweck ändern. Der Eid, weißt du? Werden Otnuwa's Diener auf seine Verteidigung eingeschworen, so geloben wir seine Vernichtung. Der Mann zeigt ein wildes Grinsen, wendet sich ab und verschwindet einen Schritt später, nur um abermals neben der Maschine zu erscheinen. Okay, also hier wiederholt sich das Gleiche immer und immer wieder. Und Arik hat gerade gelernt, dass irgendein Zauber an irgendeiner Tür ins Gegenteil verkehrt wurde. Also, dass statt Otnuwa Gefolgschaft zu schwören, seine Vernichtung geschworen werden sollte. Gleich mal. Finde ich hier irgendwas. Genug Plunder liegt ja hier eigentlich rum. Aber im Moment nicht. Was habe ich hier? Eine Urne oder eine Vase. Eine Urne mit einer guten Armbrust und einem Rubin. Ab ins Versteck. Ja, das ist auch ein bisschen größer hier auf dieser Ebene. Und mit deren Erkundung geht es dann weiter in der nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.